Yo, Alter, das ist jetzt für meine deutschen Freunde vom Techfest, die wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, ob ihr das Video sehen wollt oder nicht, Leute, ihr wisst schon Bescheid. Warte, da ist ein Hund. Ich kann ihn filmen, der ist ja, oder? Ich kann ihn filmen? Hey, bonjour. Ich habe die Papier, ich will nicht, dass er sich holen. Das ist wichtig, ich will mich darauf achten. Hey, bonjour. Ciao, petit. Hey, das war Hammerfest und Hammerzeit. Das war einfach zu geil. Das war der Hund gerade, das war so lustig, weißt. Da musst du halt nicht hier einen ablachen. Ich wollte nur sagen, ja, ich fange an hier so Flyer zu machen und so einen Scheiß. Ich habe auch noch mal eine größere. Warte, die habe ich mir noch nicht angeguckt. Wir machen mal zusammen, das macht dann irgendwie Content für den Channel. Warte, haben sie die? Oder muss ich gleich nochmal zurück? Ja, doch, haben sie mir auch gegeben, die großen. Ich habe gar nicht gezählt, wie viel sie mir gegeben haben. Aber auch größere so zum Aufhängen oder so irgendwo. Und ich muss da gleich noch woanders versuchen, ob ich noch ein paar mehr machen kann gleich. Gehe ich da auch hin. So, ja, weiß ich nicht. Ja, überschwemmungen in Frankreich. Content. What the world. Teil, weiß ich nicht. Musik mache ich dann vielleicht auch noch zum Video, weißt du. Nicht, dass ich nur am Labern bin, so. Ich habe mich aber erkältet. Das ist, ey, Britannia. Was haben die zu Gott, wenn man an ihnen glaubt, gemacht, dass der die so bestraft oder dass er so traurig ist, dass das da immer nur am Regnen ist, ey. Und der will zu, das war. Aber ey, geile Fatih. Das ist sowas von geil und das war so eine schöne Zeit. Ach, ja. Ach, weiß ich nicht. Wie lange ist denn das Video jetzt schon? Zwei Minuten, zwei und 23. Ja, das reicht. Zwei Minuten, zwei und 23.